Hallo, da sind wir auch schon wieder mit Matcheside. Juhu. Ja, das ist der gute Silber hier. Der springt rum wie so, weiß gar nicht. Ja, ich übe meine Move-Ausweichskist. Ja, ja, deine Ausweichskist, die da vorhin so mal... Ich übe. ...schaden vermieden hast, indem du einfach mal keinen bekommen hast, obwohl dich der Gegner direkt getroffen hat. Ich halte dir das immer noch vor. Ah, das war übrigens so ein Erzvorkommen. Hier musst du übrigens auch fassen, in dem Biom... Muss ich? Mhm, du siehst meistens die kleinen Fledermäuse sich nicht bewegen. Das könnte zum Problem werden. Ja, die kann ich ja schon aus der Distanz abschießen. Gut, so viele Eier wie möglich kaputt machen. Achso, du willst die Spinnen haben, damit wir nichts kriegen, ja. Ja, genau. Ich vermute fast, wir werden keine Erfolge diesmal schaffen. Aber wir müssen mal gucken. Ja, testen, ne? Jo. Also wir können ja nur guter Dinge sein und hoffen. Und da ist schon die Erste. Echt? Mhm. Ähm, C. Okay. Ich schieße, was ich habe. Wo ist sie hin? Ja, schieße weiter. Schnell hin. Down. Down, down, down. Ich bin schon Level 19. Brauchen wir nur noch 21 Level. Haha. Nur noch? Haha. Okay. Wir müssen uns ja mal das einfallen lassen. Vielleicht doch mit dem Spinnenhuter. Vielleicht schaltest du ihn ja jetzt frei. Oh, mal gucken. So. Da ist schon wieder eine. Können wir schauen, die Spinnen ziehen. Achtung. Kannst du fix nach oben? Das ist XP. Moment, ich mach das. Gut. Nachdem ich mich ein bisschen darum gekümmert habe, was machst du denn in der restlichen Zeit hier? Die Spinnengassi. Okay. Die hätten wir auch. Ist jetzt eigentlich gar nicht so schwer, finde ich. die zu töten. Mit der richtigen Ausrüstung. Äh. Geht ja. Ist da noch eine? Ne. Was machst du dann dort hinten? Wir müssen in die andere Richtung. Eile sammeln. Achso. Eile. Die haben aber noch ein bisschen Erz. Das kannst du auch noch mitnehmen, wenn du magst. Hm. Ich arbeite dran. So. Dam, dam, dam. Ich kümmere mich ja um alles andere, ne? Macht das. Geht's ja. Dudidudidu. Ich muss sagen, wenn man irgendein Equipment hat, sei es auch nur so ein bisschen, kommt man kaum noch in die Verlegenheit Mana zu brauchen. Was? Also benutzt du mehr Nahkampf, oder wie? Nein, aber nein. Ich meine, weil es regeneriert sich halt doch schnell genug. Achso. Ja. Dann muss man nicht mehr nachladen irgendwie. Wie schwierig wird es bei Bossen, die ein bisschen mehr aushalten? Jo. Ich muss zugeben, also XP-technisch ist ja eine ganze Menge. Ja. Oh, du hast eine Spinne gefunden. Glückwunsch. Die tot? Na, aber es hat mich getroffen. Ups, falsche. Waffe. Oh, schnell. Zack, 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 zack. Ich hätte mir 90 HP haben die. Interessant. Schild und weiter geht's. Ähm. Ja, es geht ja einigermaßen. Hinter dir. Und da ist wieder eine. Ich räume mal vor uns ein bisschen auf. So. Aua. Verdammt. Ich darf mich nicht von den... Wie ist die nach oben? Oh, was war denn das schon wieder? Das war eine Spinne. Hm. Puh, du hast doch mit deinem Skill getroffen. Hm. Zwölf Schaden. Immerhin. Lächerlich. Mh. Also das ist der blödeste Skill neben den Wolf, den es gibt. Der Wolf macht ja nichts nach und zu noch Schaden. So, bisschen die Erz abbauen. Bisschen die Erz abbauen. Oh Gott. Ich hab so viel Spiderweb. Brauch's doch gar nicht. Ich drück manchmal noch die falsche Taste bei meinen Skills. Mhm. So. Jetzt haben wir natürlich den Dungeon wieder zu Hause. Oder wieder. Ich finde die Spinnen haben jetzt eigentlich ganz gut XP gebracht. Ja. Wir können es probieren. War es Dungeon oder lieber die Spinnen? Ach. Was? Du bist ja lieber. Ja. Ich muss sagen nochmal die Spinnen jetzt. Das könnte ganz gut werden. Na testen. Wir sind in Level 24. Hm. Hm. Da frage ich mich jetzt natürlich wie das gedacht ist. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Das brauche ich ebenfalls nicht. Ähm. Ja. Hast du Monster Belt zufällig? Ne. Nicht einen. Das ist erschreckend oder? Dort sind überall Spinner. Es gibt keinen Monster Belt. Ich habe hier ein bisschen Monster Hide noch für dich. Vier Stück. Kannst du damit was anfangen? Ich habe jetzt zumindest schon mal drei Goldbahnen zusammen. Hast du irgendwie Diamonit? Ja. Zwei Stück. Zwei Diamonit. Zwei Diamonit. Also könnte ich jetzt ein Diamonit Teil schon mal bauen. Na dann mach. Mach. Äh. Ja. Was uns stärker macht. So. Spiderwebs. Niemand braucht Spiderwebs. Was? Ach ja. Ich muss ja noch essen. Ich habe noch sechs Fleisch. Hm. Ich habe 33. Ach gut. Muss mir dann den nächsten Wars geben. Dann passt das. Bist du vielleicht am Basteln, Jana? Hm. Jetzt habe ich Mana Potions. Aber eigentlich brauchst du gar nicht. Ja. Heb dir eine Boss dann fast. Könnten sie nützlich werden. Ja. Stimmt. Unter Umständen. Unter Umständen. Trotz Mana Rex gehen. Man weiß ja nie. Was noch auf einen zukommt. So. Ich wäre soweit. Mensch. Muss mir mal eine neue Axt bauen. Wir könnten natürlich auch die NPCs hier töten. Ist natürlich auch eine Variante. Ich glaube die bringen nur Gold, oder? Bringen die auch XP? Weiß ich nicht. Die Winsch nur. Ich bringe halt für ein bisschen XP. Nein, nur Gold. Das bringt leider nichts. Nein. Leider nichts. Na, Hauptsache wir kommen jetzt nicht so schnell zum Boss Level. Dann wird es kritisch. Dann müssen wir einfach so lange das Boss Level machen, ne. Bis wir... Kannst du dich dort um den? Gut. Ähm... No, das wollte ich jetzt hin. Irgendwie dreht sich mein Charaktergrad nicht mehr rum. Es ist ein bisschen verwirrend. Ja, das machen die ab und zu mal. Es sind nur noch so kleine Bugs, die du hier drin hast. Das ist... Ah, wow, wow, wow. Ich dachte du hättest schon mal durchgefeuert, aber... Du machst das ja gezielt. Ja, da war ja noch was dazwischen, richtig. Du bist der Magier hier. Du bist für das Durchfeuern zuständig. Ja. Hm. Das werde ich jetzt auch mal hier unten einfach machen. Achtung, da könnte das kleine Spinne kommen. Hm. Oh, ich hab was für dich. Ich hab was für dich. Wenn die Kompagnen von hinten. Vorsicht. Zwei spinnen. Boah, Alter. Eine tot. Und zweite tot. Ja. Die Felix P. geben die nicht mehr. Nee, ne? Tja, dann haben wir nur noch das Feuergebiet. Oder den Dungeon. Hm, oder den Dungeon. Ich geb das in der Stadt. Nützt dir hier noch nichts. Ähm... Niumius Leather und zwei Dämonit bauen. Mhm, okay. Hab ich mal so nebenbei gefunden. Ich hatte eigentlich gehofft, dass die mehr XP geben, aber es scheint wirklich so zu sein. Du musst dann quasi in die Feuergebiete gehen. Achtung, Spinne. Oder in die Dungeons. Ja, wobei... Gut, ich weiß jetzt nicht, was jetzt gefährlich ist. Dungeon oder das andere. Also... Ich find den Dungeon immer anstrengender wegen den vielen rotierenden Keulen, die es da gibt. Hm. Rotierende Keulen, ja. Rotierende Keulen. Ich will jetzt kein blödes Wortspiel hören. Ja, die rotierenden Keulen sind heftig. Ja, ja. Ja, verdammt. Ach ne, hat der gar keine Zunge dran. Oh, ein Ring mit plus 5 Attack. Hm, hm. Das nützt dir nichts. Das nützt dir gar nichts, ne? Da, 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 da. Uah, 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 sag doch, dass das eine Spinne ist, ne? Verdammt. Das ist eine Spinne. Bin ganz weit hinten. Uah, so ein Mist. Und es mangelt nur halt an, an Heiltrinken, ne? Es ist... Also, wir haben ja null. Ja, und irgendwas mangelt's immer. Das ärgert mich ein bisschen. Ähm... Ich mach hier. Mach das. Hier oben ist ein Goldpfeil. Den kannst du ja nicht einsammeln, weil ich sowas hier habe. Oh, oh, Spinne. Ups, falsche Waffe. Ich schieße. Ich schieße. Du machst 80 Schaden. Oh, oh, oh. Ja, durch das Feuerding. Das war knapp. Ja, natürlich die Frage, wenn ich jetzt auch Bogenschütze spielen würde, könnte ich auch durch das Feuerding schießen. Ich habe übrigens ganz viele verschiedene Pfeile. Von Gold bis Stein. Alles dabei. Hm, okay. Sind wir schon am Ende vom Level? Kann ich nicht sagen. Ne, es sieht noch nicht so aus. Was? Aber es könnte jetzt gleich noch eine Spinne kommen. Was? 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 Sehr schön. So, ich nehme mal noch so viele Bäume wie möglich mit, bevor dann diese komischen Viecher kommen. Ähm, ja. Kann nicht schaden. Ich müsste auch mal mit meinen 2000 Gold anfangen. Irgendwie. Wir sind Level 30 fast, ne? Also noch 10 Level. Und dann haben wir es. Die Frage ist, wir müssen jetzt in rotes theoretisch, ne? Ich denke mal, es wird nicht mehr viel weit gehen. Lass es mal hoffen. Wie gesagt, das letzte Level, da kann man viel machen. Ja, rot, rot oder grün. Ja, rot natürlich. Ja. Natürlich, rot. Gibt, ähm, hier Special Surprise kommt. Ja, ich gebe dir mal diese hier. Höpp. Dann gebe ich dir noch dieses hier. Und ein davon. Ja. Ich habe noch keinen Monster-Belt, ne? Das ist... Ja, auch nicht. Nicht einen. Ähm, Pfeile könntest du dir noch geben. Größerein. Ja, schmeiß hin. Ja, und hier unten. Ich habe hier noch eine Gold-Oar und ein Iron-Oar. Bone-Arrow? Ne, den brauche ich nicht. Ne, dann wirf ihn weg. Dann verkauf ich den. Bone-Arrow kann ich gebrauchen. Stone-Arrow? Sto-Arrow? Guld-Arrow? Hebe ich auch mal auf. Ja. Sto, was haben wir denn hier noch so Schönes? So, ich habe jetzt schon fünf Goldbahnen. Also mache ich mir jetzt eine Diamonit-Rüstung gerne. Ja, ja. Nützt ja nichts. Ich hab jetzt auch schon vier Diamonit-Bahnen und brauch eigentlich nur einen von vier. Äh. Soll ich... Man, ne. Ich könnte auch nichts mit meinem Geld anfangen, stell ich grad fest. Hm. Ja, immerhin. Du könntest mal kochen oder mir was zu essen abgeben, das wär noch ganz cool. Ich hab nur noch zwei. Hm. Das ist mir ein bisschen zu kettisch. Ja, also jetzt mach ich alleine weiter, das ist nicht so schlimm. Ja, ne. Ich bleib zurück und verhungere einfach irgendwo. Wollen wir gar nicht mehr so viel essen. Ich hab nur noch 33 Stück. Stimmt. Das könnte kritisch werden. Da werden wir wohl verhungern, bevor wir ankommen. Du könntest übrigens uns Schilde herstellen, wenn du so viel Zeug hast. Hm. Nö. Okay. Weil ehe ich hier mal zu irgendwas komme, das wird wohl nichts mehr. So, da hast du ein Goldschild. Ne, warte mal. Nimm mal das Diamonitschild und gib mir das Goldschild. Ja. Muss ich noch ein bisschen bewegen. Dum, 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 dum. Ich glaube, ich hatte noch nie ein Diamonitschild. Ne, das ist das erste Mal. Verrückt. Ja, es sind auch verrückte Zeiten. Ja, na gut, aber dafür hatte ich bis jetzt immer schon eine bessere Rüstung. Hm. Kommst du? Warte, 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 gleich. Ich muss ja mal diese Unmengen an Eisen verarbeiten. Ach ja, stimmt. Du musst ja Pfeile herstellen. Na, dann machen wir mal. So, 151 Eisenpfeile habe ich schon mittlerweile. Ach so, ja, gut. Ich dachte schon Barrem. Das hätte mich jetzt so sehr irritiert. Ne, 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 ne. Aber ich muss sagen, die Feleramaus ist am Anfang echt hilfreich. Später brauchst du nicht mehr, aber am Anfang... Ja, die hat doch immer was Sinnvolles dabei. Pilze! Oh, guck mal hier. Ich traupe einen Pelz. Wo ich das ganze Material ausgegeben habe. Gut. Oh Mist, oh Mist, oh Mist. Na, so ein Mist. Ich darf nicht so viel rumballern. Aua. Was war das denn? Da war ein Pilz. Okay. Das habe ich denn nicht gesehen. Ich habe noch ein HP. Yay. Hm. Ich habe auch nur noch 20. Ich bin zu unsorgsam. Äh. Unsorgsam. Unsorgsam. Ja, ich wollte eigentlich was anderes sagen. Aber unsorgsam trifft es ganz gut. So wie, unvorsichtig? Unvorsichtig. Genau, das wollte ich ja eigentlich sagen. Äh. Hast'n. Du machst mittlerweile auch ein bisschen mehr Schaden als ich. So, checken wir mal, ob hier ein Vorkommen ist. Nein. Uh, da ist der Jellyfish. Oh nein. Ein Jellyfish. Ja, das sagst du so einfach. Mit einem HP muss man da schon aufpassen. Ja, das stimmt. Und, gib mir... Okay, du solltest diese Lilantrinke nicht unbedingt nehmen. Ganz selbst ausgenockt. Hast du einen Grüntrank benutzt? Nein, nein. Das ist dein Lila. Den habe ich jetzt auch noch... Das Volk machen eigentlich nur die Grünen. Den habe ich auch noch im Inhalte. Achtung, Achtung, nochmal. Ne, jetzt ist er weg. Okay, auf den Tag. Du hast bestimmt den Grünen benutzt. Das war ein... Also... Oh, vorsichtig. Wieso habe ich gerade ein HP zurückbekommen? Ja. Ja. Gut. Es ist... Wow. Vielleicht Level Up. Ja, Level Up kann sein. Achtung. Er hätte jetzt mal ein Diamonite Blade fallen lassen wieder, ne? Du machst das super. Ich habe mich noch um die Schafe gekümmert. Sei unbesorgt. Das hast du toll gemacht. Ähm... Ja. Nix, ich räume nur gerade auf. Ach so. Nur Macher. Ich probiere noch ein bisschen vorwärts zu kommen. Ohne dabei drauf zu gehen. Ich garantiere allerdings für nichts. Würde ich auch sagen an deiner Stelle. Ne. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Da bist du verlassen, wa? So, wie sieht's denn hier vorne aus? So, Level 31. Naja, naja. Langsam kommen wir voran. Also, auch nicht so effizient, wie ich mir das zuhofft hab. Hab's dir gesagt, wir müssen in den Dungeon. Ich überleb' den Dungeon aber nicht. Ich schon. Na gut, wenigstens einer. Ah gut, dann ab in den Dungeon, was nützt. Na, wir werden sterben. Ja. Was soll der Geiz? So, ich hab' ein Monster Pelt. Wow, ich hab' mittlerweile sogar ausreichend, um in der Rüstung herzustellen. Ja. Brauchst du dafür irgendwas? Wow, Diamonite ist fast... Drei Barren hab' ich. Wie viele? Drei. Drei? Näm' ich. Thanks. Ich hab' auch zwei Goldium-Bahnen. Ach so, nur zwei. Ah, zwei. Zwei ist nutzlos. Dann eben. Hm, jetzt könnte ich mir zweimal fast nur Rüstung herstellen. Ja. Ja. Blöd gelaufen. Ja, ist okay, wir gehen nur in den Dungeon. Das ist total so blöd. Ja, ne? Wo ist denn der blöde Typ zum Verkaufen? Gimm einfach die Bahn aus deinem nutzlosen Schild. Ne. Ne. Willst du ein paar Monster Hight haben? Oder hast du schon alles, was du brauchst? Ich hab' Diamonite an. Komplett? Ja. Ja, bis auf das Schild, aber da brauch' ich keine Dings für. Gut, Nahkampf benutze ich eh nicht. Das brauch' ich nicht. Das brauch' ich eigentlich auch nicht. Den Rest hebe ich mal auf. Das brauch' ich nicht. Das brauch' ich auch nicht. Ich hab' 24 Fleisch, was du verbraten kannst. Hm. Muss ich nicht verbraten? Nö. Müssen wir jetzt auch nicht. Ich hab' noch genug. Kann's erstmal lagern. Reicht auch. Okay. Also von mir aus können wir zwei HP. Dungeon. Wird super. Wird großartig. Ne. Ich hab' noch einen kleinen Heiltrank. Da hast du nochmal zwei HP mehr. Und ich muss aufpassen. Ich töte die NPCs. Ja, das wär' super. Ich werde jetzt gleich am Anfang griffen. Da hast du das Fleisch und da hast du noch so'n Grill-Dings. Alles klar. Soll' ich jetzt erstmal grillen? Ja, mach' ich jetzt noch fix. Du kannst hier immer die Wampe vollhauen. Das heilt ja auch immer, wenn du Glück hast. Ja. Wenn ich Glück hab. 50%. Ist wie mit dem Tränke herstellen seit neuestem. Was mich ein bisschen ärgert. Oh, ich seh' grad. Ich hab' noch zwei Goldium-Bahn. Bringt dir das was? Oh. Ja. Na klar. Da kannst du mir wenigstens ein Einrüstungsteil aus Goldium herstellen. Gerade oben in der Tastleiste hab' ich noch vier Erz gehabt. Oh ja. Thanks. So. Wo haben wir sie denn, die gute Frau? Da haben wir die gute Frau. Dann haben wir das und machen wir das und dann machen wir uns. Na gut. Dreier. Dann das hier. Das sieht doch schon viel schöner aus so. So. Der Helm ist immer noch crap, aber was soll's. Wenn man R drückt, steht dann rechts oben Zone 5. Was heißt das? Äh. Als wenn man's momentan öffnet. Ich hab' Distrikt 14. Hier steht Zone 5. Verwirrt. Hm. Okay. Gehen wir weiter. Jo. Gut. Äh. Have a nice day. So. Jetzt schön auf die Drehdinge auf. Mhm. Hab' grad' gelegt. Angst. Uhuhuhu. Wir haben's hier an den Rand. Also. Ich seh' da hinten nichts. Das Problem ist, ich kann ja nicht stehen bleiben, wenn ich jetzt einmal unterwegs bin. Hm. Ne. Ist soweit safe. Oben ist dann erst so'n Feuertyp. Okay. Den musst du machen. Den könntest du von hier unten aus angreifen. Da komm' ich nicht ran. Mach das mal hier zusammen mit deinen Skillshots. Hallo. Oder warte. Ich hab' ne Idee. Ich müsste doch eigentlich nur... So. Ist weg. Sehr schön. Die holen. So. Da hinten war noch ein Vorkomm, ne? Wow, 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 wow. Ah. Gefährlich. Also Vorkommen sind nicht mehr ganz so wichtig, ne? Der Diamonid brauchst du noch, oder? Surviving ist grad' die Key. Oh'n Herb. Ein Herb. Die ganze. Meinst du, ich soll's erst mal ignorieren, die Vorkommen? Die ganze Diamonid vorkommen? Ne. Die Diamonid nicht, aber Goldium. Na gut. Brauchst Pfeiler. Ich mach' Eisenpfeiler, dann denk' ich komm' ich bis zum Ende des Spiels durch. So. Da waren mal zwei Stiere. Okay, XP hab' ich. Alles safe. Hast du auf, wo du hinrennst, bitte? Ich hab' keine Lust auf irgendwelche Rescue-Missions. Kann ich verstehen. Die sind nicht ganz normal. Okay, alles safe bis jetzt. So. Haben wir hier bis irgendwas da hinten. Mhm. Ähm. Du kümmerst dich da mal drum um die XP aufzusammeln. Du hast mehr HP. Bei mir wär's dann kritisch, sollte ich getroffen werden. Ähm. Ich kümmere mich mal oben um den, indem ich einfach meinen Typ hier hinsetze. Setz mal deinen Hippi dahin. Typi! Nicht Hippi. Achtung, der läuft, der läuft. Jaja. Okay, du bist tot, alles klar. Ja, der ist weggerannt. Problem ist, wir brauchen den. Geflüchtet. So, dann soll ich ihn jagen gehen. Ja, geh mal jagen. Musst du dich um den da vorne. Mehr oder weniger, ja. Nee, der kommt zu dir, der kommt zu dir. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hinter geh. Ah. Genau. Ah, die lassen schön viel Monster-Belt fallen. So, jetzt gucke ich mal noch, dass ich an den da drü- oh fuck. Einen oh fuck möchte ich nicht hören. Wie schlimm ist es? Äh, 2x4 Schaden. Ah, du lebst noch, ne? Ich hab noch 11 Lebenspunkte. So, ganz vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ich hab hier so ein Schild für dich. Theoretisch. Mhm. Naja, so ein Mist hier. Hab's. Ich hab hier einen Ring mit minus 2 HP und, naja, plus eine ganze Menge zu Magie. Dass er nichts von meinen aktuellen HP abzieht, nehme ich es einfach mal mit. Goldium und Diamonite-Blades brauche ich nicht, das brauche ich auch nicht und das brauche ich auch nicht. Die Archer waren das hier, die so viel Schaden gemacht haben. Jaja, die schießen auch durch Wende irgendwie, ne? Das war das Schwierige an denen. Da oben ist so ein Magier-Fuzzi. Mhm. Ich lauf unten lang. Ich hab ihn. Aber oben ist mir zu heiß, also es ist... Hm. Wobei, ich könnte einfach... Ausfall, wie es weiter geht, ist toll. Ja, ich hol's von der anderen Seite, passt schon. Okay. Komm durch, irgendwie. Abwarten, ich warte einfach, das ist mein... Denk dran, du hast, glaube ich, deinen Schwebeskill noch, falls er dir was nützt. Hihihihihi. Ich will nix hören. Jo, was ist das denn? Ich weiß es nicht, was mach mal denn. Unentschlossen. Ich könnte noch ein paar Vorkommen abbauen. Ja, das könntest du. Ein Herb gefunden, ne? Das ist so deprimierend. Na schön, in Ruhe essen hier. Ich hab übrigens Angst, den blöden, mysteriösen Trank zu benutzen. Der letzte hat mich getötet. Du hast es nur verpeilt, du hast bestimmt einen Gifttrank benutzt. Hier, willst du den mal benutzen? Ja. Der heilt dich auch noch. Hier, nimm. Ehh. Und? Ja. Hat mich um 2 HP geheilt. So, wir gehen hier rein. Goldene Mitte, komm. Golden Mitte. Golden Mitte. Apropos Golden Mitte. Ich hab einen Schlüssel, mit dem ich immer noch nicht weiss, was ich damit anfangen kann. So, ich hab 5 Diamonit-Bahnen. 3 Goldium-Bahnen. Hast du Monster-Belt? Monster-Belt hab ich 7. Cool. Geht das mal alles hier hin. Hupf. So, hier. Ja, jetzt hast du alles. Ah, ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Ja, ich weiss. Ich mach immer ausgezeichnete Armat. So. Ne, nicht verkaufen. Erstmal das andere. Hm, 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 hm. Jetzt baue ich mir den schönes, ach ja, einen Helm. Ja, Monster-Belt hab ich leider nicht, aber es ist immerhin schon mal ein Helm. Jetzt verkaufen wir den ganz trotz hier. Ja, 6 HP hab ich. Und du so? 15. Yay. Äh, willst du Gold? Gold brauch ich nicht mehr. Aus Gold kannst du jetzt mittlerweile was herstellen. Ja, gib ehrlich, ich sammel's. Okay, warte. Ich tu's den mal hier vorne hin. Da. Und da. Und Diamonit. Ja, ich brauch nur noch einen. Den Rest kannst du auch zu Feilen verarbeiten. Und ich hab hier noch... Brauchst du auch nicht mehr Monster-Hide, ne? Ne. Hm, ich bin weg damit. Ja. Ich bin soweit, äh, ja, fertig. Hm, okay. Also wir sind jetzt ganz gut durchgekommen, muss ich sagen. Wenn wir das nochmal so machen, ist alles okay. Und das beschwerde ich mich. Wie, wie, wie? Wie man mit der Zeit überhaupt? Hm, ja stimmt. Jetzt wo du sagst. Es ist jetzt schon, weiter, fast soweit. Ist es schon fast soweit? Ja, das ist schon fast soweit. Dann, guck mal, wir müssen die Leute auch die Folter spannen. Wir können jetzt nicht einfach weiter rennen. Ah, stimmt. Die haben jetzt... Wir brauchen hier Spannung. Werden wir noch gewinnen? Werden wir verlieren? Werden wir sterben? Ähm, wir werden sterben. Ja, du schon. Ich spoiler mal. Ich werde sterben. Ich hab meinen Fall geklaut. Ich hab dich... Ja, stimmt. Ach, hör auf. Ja, nimm den Dreck. Bauter gehen. Mensch. Es wäre ganz schön, wenn man sich irgendwo mal komplett vollheilen könnte. Oh, naja. Dann wäre es zu einfach. Richtig. Also dann würde ich meinen, bis zum nächsten Mal. Uh, yo. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Bye.